Hey, gibt's mir keine anständige Mucker? So, ich mach jetzt hier noch ein kleines Interview, natürlich exklusiv für euch und ich hab hier noch Haso, ich hab Demaslem, Socke und Cloud und hier seht ihr alle Preise, Demaslem wundert sich gerade was und was es da zu gewinnen gibt. Okay, Ben, wie fühlst du jetzt? Jetzt haben wir eine gute Interview, also was sind deine Pläne für die Zukunft, nach dem 3. Platz, sogar ohne? Ah, meine Pläne sind, ist das auf? Ah, okay, meine Pläne sind, äh, zu gehen in Cologne, ich werde wahrscheinlich eine Freude für die Weihnachtsmusflüge und dann komme ich zurück und trainere, literally, zwischen 8 und 12 Stunden per Tag. Oh, das ist großartig, du weißt, unsere Tournament in January, der 15th und 16th, äh, meine neue CUP, äh, sind wir glücklich auf das? Ja, definitiv, ich meine, äh, in diesem Zeitpunkt, also, äh, ich habe mein Geburtstag da, nach IEM, äh, dein Tournament ist rund 15, 16th, IEM ist der 20th, 23rd und dann komme ich auf der 24th, das ist mein Geburtstag, so, ähm, ja, ich plane das machen, das mein Monat, so, äh, ja, ich habe viele hohe Hoffnungen, aber ich hoffe, dass ich das gut machen kann. Das ist großartig, ich habe gehört, dass du mich bald an ein paar Party anstattst, an deinem Platz in Cologne anstattst. Also, also, Haas-Obs. Jeder ist auf mein Platz anstattst, oder jemand, wie ein Mann, so, äh, ja, jeder kann kommen. Williams'invite, auch, wie, jeder. Jeder, das bedeutet, alle die Zuschauer, auch, ich gebe dir die Adresse anstattst. Socke? Oh, sorry, aber ich habe nur ein paar Interviews mit euch zwei, die Leute. Socke, das ist, äh, ich spreche Englisch, wahrscheinlich besser für die gesamte Community. So, ihr habt nur das ganze Tournament gewonnen. Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das Gefühl, dass du ca. 4.000 Euro gewonnen hast? Oh, das ist großartig. Ich glaube, dass ich es noch nicht wirklich entstanden habe. Ich denke, dass ich nach Hause komme und denke, dass ich das erste Tournament gewonnen habe, wird es großartig sein. Aber ich bin jetzt glücklich. Und, ja, ich bin glücklich, dass ich die Touristen gewonnen habe. Wie geht es mit den anderen? Welche Beziehungen zwischen den Spielern? Ich meine, du hast gerade eine große Finale gespielt. Ein viel Geld wurde inkludiert. Wie fühlt es sich, dass jemanden gewonnen hat, also, das bedeutet, dass jemanden gewonnen hat, aber nicht, dass jemanden gewonnen hat und gewonnen hat? Du meinst, was es fühlt sich, dass jemanden gewonnen hat? Ja. Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht schade für ihn. Ich denke, dass er gut gemacht hat. Die Finale, die overall Finale, war ein bisschen schade, weil ich, wie ich, wie ich das Bild habe. Ich wusste, wie ich es zu tun habe, und ich fühle mich nicht schlecht. Ich fühle mich nicht schlecht. Hast du eine kleine Pause, bis zum nächsten Jahr, um zu relaxieren? Weil alle großen Touristen sind über, dieses Jahr? Nein, bis zum nächsten Jahr. Ich denke, vielleicht eine Woche oder so ist es okay. Aber die Sache ist, wenn du bereit bist für IEM, in mid-Januar, geht es nicht darum, zu starten eine Woche in advance. Ich denke, ich denke, ich werde einfach nach Weihnachten oder nach Weihnachten wieder spielen. Carlo, was ist das für dich? Du bist in Italien für Weihnachten? Ja, ich bin in etwa zwei Wochen. Ich kann Freunde treffen, ich kann meine Familie treffen. Ja, das wäre toll. Was denken Sie, was denken Sie, was denken Sie, über das Tournament, und das zweite Platz, Ihre Freunde, und all die Leute, die dich lieben, und lieben, mit dir zu sein? Meine Eltern lieben nicht e-Sport, oder Spiele, aber sie unterstützen mich. Also, ich habe mir einfach eine Message zu meiner Mutter, hey Mom, ich mache heute Top 2, mit diesem Preis, und sie sagte, wow, ich wusste nicht, aber meine Freunde sind alle große e-Sport-Fans, und ich habe auch eine Community, mit meinen zwei besten Freunde, StarCraftWar.et, und alle sind so unterstützt. Es ist sehr warm, es ist sehr schön. das ist großartig zu wissen. Ich hoffe, dass Sie in der nächsten Saison sehen, Sie haben bereits erwähnt, dass Sie in Deutschland spielen und bleiben. Was ist Ihr Ziel für die nächste Saison, wenn Sie bereits in der zweiten Platz haben? Ich glaube, dass Sie bereit sind? Ich denke, dass ich so lange, wie die Zeit dauert, werde ich besser und besser werden. Ich bin überzeugt, dass ich ein besserer Spieler werde. Vielleicht muss ich ein bisschen besser spielen. Sock war heute ein bisschen besser, denn es war ein bisschen besser als ich. Aber ich denke, dass ich in der nächsten Saison gewinnen werde, in einem größeren Tournament, sehr schnell. Ich bin sehr überzeugt, dass ich gut mache. Es wird so laut. Danke, Carlo. Und ja, das ist das Interview für Sie. Ich werde das für mich nehmen. Also, ich freue mich, das ganze Show, der ESA Pro Series Finals 17. Und das ist es. Ben, Hassoffs, Sie sehen, diese Leute, die sich wirklich lieben. Sie lieben, in dieser großen Gemeinde. Ich hoffe, dass Sie das ganze Tournament haben. Sie lieben, diese Gemeinde. Und ich hoffe, dass Sie sich selbst lieben. und was auch immer. Sie werden alle Filme, die Videos auf dem Demand, auf ESL.TV. Also, check out our page. See ya.